Ladies! Gentlemen! Schrevet! Ohne haben Sie den Wunsch! Mein Mann ist jetzt vor allem gewesen, es war nutzlos! Das... Ihr Mann war noch nicht bei mir. Mein Bruder David! Hier ist das BBC National Program. Wir senden direkt aus dem Buckingham Palace. Prince of Wales ist den Mögel. Der König ist unser König, den kann man nicht einfach abschaffen. Königliche Hoheit, Boris! Also den deutschen Kanzler mal reden würden? Wer sollte denn nach Ihrer Meinung nach den Trumpen sammeln? Das ist eine Qual! Was haben Sie denn da gerne gekommen? Weil ich stotteren, verdammt! So gut für den Redner, als auch für den Zuhörer! Ist ja eine Vorstellung davon, worauf Sie sich hier einlassen. Ich bin der Bruder der Heide. Stottern Sie, wenn Sie mit sich selbst sprechen. Ich spreche nicht mit mir selbst! Ich wette mit Ihnen um einen Schilling, das Sie fließend lesen können. Jetzt und hier!